Tja Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 15 im Alde mit Team-Modus. Wir spielen natürlich wieder mal eine kleine Runde. Heute bin ich mal ohne Kappe unterwegs. Mal was Neues, ohne Kappe. Mal gucken, ob ihr mal nur in den Gegner findet. Eigentlich solltet ihr gestern schon FIFA kommen. Ich habe auch schon eine Runde aufgenommen, FIFA. Nur bekam ich dann da leider einen Treffer wegen Musik, weil ich Musik verwendet habe, die eigentlich ohne Urheberrecht ist. Also Copyright-free, ne? Aber bekommt ihr noch einen. Da habe ich mir gedacht, wisst ihr was, fickt euch. Habe es runter gemacht und jetzt einfach eine neue Aufnahme. Habe es dann auch gelöscht. Oh shit, der hat Neuer drin. Aber gut, er hatte nichts zu heißen. Aber er hat eigentlich insgesamt ein ganz gutes Team eigentlich. 97er Chemie, 81er Bewertung. Ist recht solide und es regnet. Scheiße. Es regnet. Ich mag überhaupt kein Regen. Bei Regen spitzt das Ganze wieder noch ein bisschen anders. Ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen einstellen müssen. So, auf Konter. Mal gucken, ob er was kann. So, er landet einfach hier wunderschön komplett durch. Und macht das 1 zu 0. Ganz locker, Lassi. Einfach, als ob ich gar nicht da wäre. Was zum Teufel war jetzt mit meiner Verteidigung los? Da ist er so locker durchspaziert, als ob er gar nicht irgendwie existiert. Oder hat er nur so gestunken, dass alle von ihm weggelaufen sind? Hat er vielleicht Ebola? Übers war da bestimmt. Oh ja, du glättest mir natürlich Vollgas rein, du Pässer. Gleich hab ich. Nee, nee, so nicht. Meine Fresse, kannst du nur grätschen oder was? Alter, machen das in letzter Zeit alle? Was, was der hier auch macht? Bring mir das so vor. Nee, ich hab, nee, ich werd gegen ihn verscheißen. Ich seh's jetzt schon. Ich werd auf die Schnauze kriegen. Obwohl, er baut auch viel scheiße. Er baut auch scheiße. Mal gucken, ob er auch das was werden kann. Raus. Kommt auch noch ein Eckball oder was? Nee, doch nicht. Ich dachte, da kommt ein Eckball. Finger wirklich sehr konzentriert. Boah, der kann nur grätschen, der Juan. Scheiß Schuss, Lavecci. Sehr, sehr schlechter Schuss, Lavecci. Ne, übertreib's nicht mehr. Ne, übertreib's nicht mehr. Mann, hat der Glück, der Penner. Wie konnte er denn das wieder abwehren? Du für eine Missgeburt. Da dribbeln kann er, da kann's ja nicht sagen. Also dribbeln, dribbeln kann er ordentlich. Na toll, und da lauf ich in den Lappen rein. Da geht's gut aus. Da kannst du eigentlich nur grätschen, oder kannst du auch was anderes? Sooo, kommst du nicht durch. Jetzt mal auf offensiv. Dass wir da auch ein bisschen mehr Action reinkriegen in den Scheiß. Ich bin ja Bayer, weißt. Ich bin ja ein bisschen. Aggressiv muss schon sein, ey. Ich bin grad sehr konzentriert, muss ich echt geben. Ich möchte gewinnen. Ich bin jetzt gerade unterwegs. Alter, hör auf zu grätschen, du verfickte Missgeburt. Du kannst nur grätschen, du Wichser. Ja, und du, David Lewis, nimm dir das Leben für deinen Einsatz gerade. Was machen das jetzt bitte von dir? Oh Mann! Ich finde, ich werde einfach da durchspaziert, Mann. Ja, super verteidigt. Super verteidigt, du Drecks Missgeburt, du Hohnsohn, ey. Meine Fresse, habt ihr das gesehen? Schaut euch das an, was er macht. Guckt mal. Boah, das gibt's doch nicht. Ich hab das Wort länger nicht benutzt. Aber das musste jetzt wieder sein. Grandiose Attacke, und das wird belohnt mit Ballbesinn. 2-0, verdammte Scheiße. Mann. Das kann doch nicht sein. So, sehr offensiv. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Was machen die alle? Wenn ich sie das Auto je mache, wird sie richtig. Ah, natürlich muss er gleich herkommen und grätschen, die Missgeburt, die hässliche. Ja, passen konnte ich jetzt auch nicht wirklich. Da waren die Dinge rein. War gar nicht mal so schlecht gewesen. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Jetzt gibst du. Alter, David Lewis, nimm dir dein nutzloses, wertloses, verschissenes Drecksleben. Nimm's dir. Nimm's dir. Drecksau. Was aber für den Gegner spielt, anstatt für mich. Pfff... Du wirst nämlich trollen auch noch. Du verfickte Missgeburt, du hässliche. Deine Mutter in den Arsch, ey. War ordentlich. Jetzt wird es brenzlig. Guck mal hin. Ups, den verzieht er. Ja, aber da stand da auch alles andere als optimal zum Ball. Der hätte auch einer als die Explodier machen sollen. Mit sowas wie du nicht auf die Welt kommst. Und der hätte dir mal lieber in den Arsch abgespitzt, du Wichser, du. Er kann den Ball nicht festhalten. Na, verreck. Richte die Beine, du Wichser. Ja, ich bringe mich mit, vergiss einfach mal den Ball. Ja, ist schon gut. Ist ja nicht so, dass er ein Weltspieler ist. Was hast du denn jetzt wieder viel faul gesehen, du Wichser in grün, hä? Satz dir gleich die Augen aus. Dann scheiß ich rein. CDGuru kannst du ja auch direkt mit David Lewis, alle beide könnt ihr euch danach in der Kabine das Leben nehmen. Alle beide zusammen. Helft euch gegeneinander in die Schlinge zu kommen. Dann erhängt ihr euch beide gegenseitig. Habt euch verdient. Wie gerade so einen Scheiß zusammen, das gibt's gar nicht. Oh, David Lewis hat kein Tor her geschenkt, ne? Ein Wahnsinn. Geschafft, diesmal nicht, die zu verteidigen. Ich weiß, ob ich hier totale Angriffe habe, ich habe hier nichts mehr zu tun. Na gut, der totale Angriffe ist auch ein bisschen krass, ne? Dann wird es ja auch ein bisschen. Mann, ey. Ich glaube, ich werde nachher nur noch Online-Saison spielen. Beziehungsweise mal so ein paar Dunden zwischendurch. Ja, wunderbar geschossen. Alter, wieso spiele ich gerade so mega, 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 mega. Scheiße. Wenn es nicht am Tor gewesen wäre und David Lewis wäre da angekommen, dann sehen wir dann ein Tor. Und die Teamkollegen sind da. Und diese Flanke. Und Tor. Die sagt gar nichts mehr dazu. Nix. Team verscheißt einfach auf so viele Ebenen gerade und ich auch. Genau gesehen, wo die Kugel hinkommt, im richtigen Moment hochgestiegen. Genau platziert, ein Traumtor. Balleroberung im Mittelfeld. Kawami. Jansen. Salomon Kaluk. Kabe. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Boah, Alter. Fuck, war das ein geiler Schuss. Das ist mir jetzt auch noch eine Karte für den Scheiß oder was? Verpiss dich doch. Doch nicht. Doch. Was macht er jetzt? Ja. Jetzt schieß doch, du Lappen. Dann kannst eh nix. Voll zu Ibrahimovic. Es ist immer das gleiche im Fußball. Du musst dich konzentrieren. Alter. Hier hat die Konzentration im Abschluss eindeutig gefehlt. Kurz vor dem Schusstiff gibt's nochmal Freistoß. Was gibt's jetzt Freistoß? Wirst du mich gar nicht verarschen? Die Blockade ist gemacht. Das Spiel ist einfach eindeutig gegen mich. Freistoß für nichts. Scheiß-Spiel einfach. Wirklich ein Scheiß-Spiel. Kann ich gar nicht sagen dazu. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Support. Haut rein. Ciao.